Pots Blitz! Der König ist da! Der König ist tot! Der König ist außer sich versorgt! Oh ne! Hamlet ist das Opus Magnum von William Shakespeare. Die Story ist ziemlich schnell erzählt. Ein junger Mann kommt nach Hause zum Begräbnis seines Vaters. Seine Mutter hat den Bruder des Vaters geheiratet. Da stimmt was nicht. Daher kommt noch der Satz Das ist etwas faul im Staate Dänemark. Und diese Ahnung wird bestätigt. Der Geist des toten Vaters sucht Hamlet auf und erteilt ihm einen Racheauftrag. Wie auch immer du diese Tage verfolgst, bleib dein Verstand. Und dann nimm auch gegen deine Mutter nichts. Lass sie den Himmel und den Dorn, die in ihrer Brust stecken, sie zu stechen und quälen. Jetzt kommt der Konflikt von Hamlet, dass er eigentlich diesen Mord rächen sollte, aber auch Angst davor hat, zweifelt. Auch zweifelt, ob er vielleicht verrückt ist und es diesen Geist gar nicht gibt. Bei uns spielt die Musik eine ziemlich große Rolle. Und da eigentlich eine Musik hervorsticht, nämlich die alpine Musik, die hier aus der Gegend kommt. Die Musik, die auch aus den Bergen kommt. Deswegen dieser Ruf des Todes, hat immer sehr viel zu tun mit so einer Art Jenseitsmusik, die da eingeläutet wird. Man sollte sich das Stück ansehen, weil das glaube ich gerade im Moment sehr aktuell ist. Also es geht um Machtstrukturen und auch um eine Handlungsunfähigkeit von einer Person. und ich glaube, das ist gerade sehr aktuell. Der Mörder vergiftet den König seines Herzogtums wegen. Der Mörder vergiftet den Königsberg und er begegnet den König. Und der Mörder vergiftet den König. Der Mörder vergiftet den König. Der Mörder vergiftet den König. aber dafür, dass nur das so schnell ankommen ist. Und das so schnell an der Körner vergiftet die Musik auf Vielen Dank.